Hauen wir nicht so auf die Kacke Erstmal kurz nochmal voll Bei mir und Wenn wir die 2 Millionen kriegen, dann rücken wir auch direkt wieder raus Ja Ist ja auch nirgendwo ein Bulle Ich war jetzt bei Kavala am Markt vorbei So ich bin jetzt ganz frech am Polizeihauptplatz oder dran, ganz nah Am Marktplatz ist ein Zivilist Ja mach mal Der rennt jetzt weg Du kannst es auch anschießen, du kannst es auch abschießen Du musst an einem Channel reden Wo ist der? Wer schießt, wer schießt? Ich nicht Ich zieh ab, ich zieh ab, ich zieh ab Wenn's nur heiß wird, dann bleib verdeckt erstmal Ich komm halt gleich auch wieder Hau den Bulle auf die Fresse Ich Oh, noch eine Minute, dann darf ich wiederkommen Aber ich muss eh erst noch Die schießen auf mich Die schießen mit einem roten Geschütz auf mich Mit einem roten Geschütz Oh nein Ja, da kommen rote Kugeln raus Mein M, mein Motor ist auch arsch Ich zieh ab, ich zieh ab, ich zieh ab, ich zieh ab Ja, HMG Ja, HMG HMG Nee, die haben auf den Heli geschossen Ja, die haben auch nicht geschossen Ja, das ist egal Deswegen muss ich jetzt, ich muss weggehen Ich flieg das Ding jetzt zum Autoschieber Ja, muss doch sagen, dass, äh Das läuft nicht Wo, wo du mir die hin? Ich weiß nicht Ich komm mal kurz auf die Fresse Das ist ein Heli, gespanzert Gespanzert, Alter Geh weg, kurz, geh weg Geh weg Lass ihn hinstellen, Frau Goldi Oh Ah, der andere war's dabei Kavala ist gerade Sperrgebiet Kavala wird gerade eingenommen Deshalb werden sie jetzt von uns als Geiseln genommen Aha, das ist ja eigentlich ein toller Server, wenn man hier in der Zeit schon noch verplickt wird Closing Ich stell den mal kurz einfach so hier hin Wo bist du? Warum kann ich den hier nicht abstellen? Du kannst das nicht in Hot Ah ja, Jungs, kann mich vielleicht jemand von euch beim Autoschieber abholen, oder? Ja, ich kann Ich bin halt noch, äh, bei welchen denn? Bei dem ganz neuen Kavala Südlich von Kavala Lass sie hier in das Haus tun, weil In das Haus kann man die nicht packen Weil da mehr Entdeckung ist Also Da müsst ihr dann auf die Burg gehen Bei deiner Geise Ja komm, wir laufen Richtung Burg Den Geisel Oh, was ist denn? Was bringt das denn hier? Hätten die überhaupt mit einem HMG auf mich schießen dürfen? Ja, auf dem Heli schon Ich dachte, du wärst infanterisch auch unterwegs Das wär jetzt nicht schlecht gewesen Wenn du nämlich läufst und dann wirst du abgeschossen von einem Heli, das ist nicht okay Weil zu euch dürfen die jetzt nichts mit dem HMG Da kommt noch ein CV Lass sie auch als Geisel nehmen So, dann verlangen wir aber auch 3 Millionen, weil... Ja, das Leben ist hart, irgendwie muss man hierher durchkommen Ok, genau Ich laufe mit der ersten Geisel zur Burg, okay Das ist schon bei dem Autoschieber Ja, ich lande gerade Ich hoffe, du kannst ihn überhaupt verkaufen, ich weiß gar nicht, ob's geht Ich frage jetzt, wie komme ich denn gut zur Burg, ohne gesehen zu werden Kann Patrick mir den Bullen schreiben, während ich den abführe? Also, ich hab jetzt auch noch einen Geisel Ich glaube ich Okay Könnt er als Ablenkung mal über Kavala fliegen dann? Ja, mach mal Ja, mach mal Ja, Polizei Wo? Marktplatz So, klappt's beim Autoschieber oder nicht? Ne, ich lande jetzt nahe Kavala und dann stürme ich dann da aus mitten in die Stadt Dann geh ich als Ablenkung mal ein bisschen über Kavala Pass auf, die haben ein HMG Na und? Macht doch nichts, ich bin doch friedlich jetzt über Kavala Du fliegst? Ja, deswegen Da würde ich aufpassen Ich flieg, äh, friedlich über Kavala ohne irgendeine böse Absicht Achso, ja, flieg Solange ich die, äh, Grenze von 500 Metern einhalte Bin ich nicht störender, ein störenden Fried im Kavala-Luftraum Alter Wollen wir jetzt eigentlich hin? Zur Burg, gell? Ja, wo ist das, wo ist das Bullenfahrzeug? Ähm, am Marktplatz ist die HMG G ist wegfahren Fahr nur hin Ich bin mal eine Geisel frei Warum ist eine Geisel frei? Schießt ihr? Ja, ich bin verletzt Wer hat geschossen? Ich hab schossen Wie viel bist du verletzt? Bin verletzt Wurdest du beschossen oder was ist los denn? Ja, ich wurde von der Polizei beschossen Wie viel Leben hast du? Die hat mit mir gleich gezogen Die hat drei Kills Kann mich mal einer verarzt oder so? Krankenhaus Wie viel Prozent hast du auf Krankenhaus? Ähm, 68 Aber ich lauf so langsam Ja, dann brauchst du einen Erste-Hilfe-Kasten und musst zum Krankenhaus Ja, soll ich in dem Haus hier die Stellung halten oder? Ich kann halt als Störenfried ein bisschen über Kavala rumfliegen Eher so im anderen Teil vom Krankenhausgebiet so Wo sind die Bullen? Ich seh die nicht irgendwie Wir haben beim Marktplatz Beim Marktplatz sind die? Ja, da war ein HMG und dann war der Tannenbaum da, der auf mich geschossen hat Den hab ich da nicht Ich hör irgendwo einen Motor Ja, mein Heli Achso, ich bin gerade voll nah an Kavala dran gelandet Oh Gott, ich fühl den Heli über uns Hunter HMG Selection, wo? Ah, da hinten Ich seh den einen auf der Karte Ich kann den von hinten überraschen Ja, dann mach Wacht es Komm mal so von der Strandseite, ne? Hat jemand einen Medikrit dabei? Nein Sollte man eigentlich immer haben Alter, du bist sicher, dass der nicht mit dem Hunter auf mich schießen darf mit dem HMG? Der Hunter HMG kommt grad zu euch Der ist jetzt am Marktplatz, der Hunter HMG Er darf auf Infanteristen nicht schießen, nein Wenn du auf Infanteristen schießt, dann werde ich dafür sorgen, dass zu leckern sogar gebannt wird Warum kann ich die Geiseln nicht abstellen? Ja, das ist halt zu leckern drum Ja, der darf auch als einziges an's geschützt, sonst darf keiner an's geschützt außer dem Ich hab Mirko gesichtet Ey, könnt ihr mal zum Marktplatz kommen, da ist der Hunter Ja, ich kann die Geiseln nicht abstellen, das ist ein Problem Hunter HMG und ein SUV geht bei Marktplatz Nein Oh nein Alter, Loot Ray, auch noch von dem, von dem Spacken Das blöde ist das Nebel, sonst würde ich dich jetzt raussnipen Oh Mann, Alter Also es sind Selection und zwei weitere Polizisten Mit dem Polizei, SUV und mit dem Hunter HMG Wo sind die? Beim Marktplatz Auf der Straße Wo seid ihr denn? Ich geh eine hohe Position einnehmen und snipe dich daraus Kannst du, hast du kurz zeigt Äh, kommt was anderes wo? Ist sehr wichtig, wichtig oder? Äh, geht Eigentlich nicht, wir sind gerade dabei, Kavala einzunehmen Machst du auch, okay Was machen die Bullen, was machen die Bullen, was machen die Bullen? Was machen die Bullen? Schnell Fahr'n weg Äh, sag's einfach schnell hier oder warte Ich komm kurz ein Ja, nein, wegen ob so viele Spiele Fahren die alle weg oder was machen, oder ist da noch welche? Ich seh noch zwei auf der Karte Warte Alter, ist das aufgeregt Einer, einer fährt mit mir Weil ich das sehen kann, ja Einer fährt mit mir, also es sind noch zwei Stück Beim Marktplatz Wie da hinten welche beim Auto stehen? Die reden Wo? Äh, Gaddafi kommt jetzt auch noch anscheinend ins Gefecht Der landet irgendwo auch bei Kavala Er schießt Ich hab einen Platten in das Bullenauto geschossen Ist ein Bulle, gell? Ja, aber ich hab sie Ja, also ich werd jetzt hier ins Polizei auf Quartier gefahren Hm Problem ist, ich komm nicht so schnell auf die hohe Position drauf Kann die scheiß Geisel nicht loslassen, was ist das denn? Windows, was wir klicken Auch nix Wie kommt nix? Ja, ich kann nicht loslassen Äh, den Häusern geht's auch nicht Ja, Mann, ich hab ihn erwischt Einer aufm Strand Ist da noch einer, ist da noch einer Noch einer ist im Spaß Am Bullenwagen Nee, der Sanitäter steht irgendwo anders LOL Haben wir? Ich hab aufs Auto vorhin geschossen, jetzt ist explodiert, shit Nein Nein, ich hab vorhin, da war doch dieser Sanitäter-Loot-Ziffer-Dingsbums Und der war so an der Kante und da hab ich anscheinend auch das Auto getroffen Hier ist auch ein hohes Gebäude Immer wenn ihr in ein Gebäude bitte reingeht, dann schließt immer hinter euch die Türen Hä, ist da jetzt noch ein Sanitäter oder was? Glaubst du, hä, meinst du? Ob da noch ein Bulle ist? Weiß ich nicht, ist bei dir noch ein Bulle? An der Map angezeigt, aber ich guck grad drauf die Fläche und da sieht keiner Ja, frage ich nicht Also sind noch zwei Stücken Polizei aufgrund hier Äh, lassen die sich blicken oder sind die im Gebäude dran? Die sind in dem Gebäude drin Drei Stücke im Gebäude und einer anscheinend bei mir Wohin schießt du, Nico? Ich wurde von Mirko getötet Wo ist der denn? Ich weiß auch nicht, ich seh den auf der Map aber nicht Alter, das darf doch nicht wahr sein, der Dienst Der kann da nirgends sein, wo der auf der Map ist Mirko ist irgendwie unsichtbar Ja, das glaub ich nehm ich auch Ja, das glaub ich nehm ich auch War von das? Wie geht denn das? Gute Info, ihr verjagt die Spieler Ja, wir wollen aber auch ein bisschen zack Das sind deswink wahrscheinlich Das sind deswink, wenn dann Alter, wie kann ich denn diese scheiß Geisel loslassen? Hingehen, scrollen und dann Ja, ich, es geht nicht, ich bin weit weg von Gebäuden, aber Warte, ich komm zu dir Wo bist du denn? Bei der Burg? Geh grad hoch zur Burg, ja Ich versuch hochzrücken Hä, wo soll denn denn bitte schon der Bulle jetzt sein? Und jetzt, und jetzt ist mein Arm abgestützt oder was? Ja, leck mich am Arsch 5, form on me Wie kann man diese scheiß labern, das mit dem Sammeln auf, aufhören? Die ganze Zeit labern wir, form on me Jungs, ich geh raus, gell Ich hab keinen Bock mehr Rollen Oder ich komm mich jetzt hier weg Ich komm nachher vielleicht nochmal an, gell, bis dann Okay Jo Jo Ich hab grad einen Mann schon bis Gefeiergoldi, stehst du da hinten rum am Haus? Ähm, ich stehe in Polizeiabquartier Und wer redet da hinten rum? Muss kurz besser gehen Also, ich bin hinten an der Burg Irgendjemand ist da Richtung Haus Am Krankenhaus, ne ne 3, rally up! Wie kann man nochmal diesen Leader-Modus anmachen, dass man mehr sieht in der Umgebung? Äh... Taschu Weiß ich, Taschu ist 5, fall back! Ich glaub die warten Taschu Was muhen? 2, form on me 3, regroup 3, regroup Ich lauf mal Richtung Burg, ne Ja Oh man Ist es sicher da hoch zu kommen? Ja, also Hier ohne Problem hoch Auch hab keine Cops gesehen Von da oben kann man richtig nice runterschießen zum Bullen Ich glaub es geht auch grad einer beim Polizeiabquartier das Dach Ja, rotzeneig Ja, rotzeneig Der sollte wieder ein Polizeiabquartier sein, weil ich mit dem halt zur Polizei gefahren wurde Also das, äh, der HMG ist auch beim Haku? Ja Das ist gut Meine Geisel wurde gebannt eben, gell? Wollen wir denn so einen Geisel-Austausch machen? Haben wir noch eine Geisel? Echt langweilig Ich hab keine mehr Ich auch nicht Negativ Weil meine wurde eben gebannt Das war wahrscheinlich nur Absicht, damit die weg ist, damit wir kein Druckmittel haben So, ich komm jetzt hier in Hügel hoch Ich geh wegen Spam angeblich Dann pack ich oben noch mein SOS-Visier drauf und dann kann ich schön da oben snipen Hm, ich geh auf dem gegenüberliebenden Weißen Gebäude von dem Hä? Habt ihr das grad gehört oder war das grad nur direkte Kommunikation? Direkte Kommunikation Und was haben wir denn gesagt? So Lektion hat irgendwas gemeint, ich weiß nicht ob er Arma 3 Neu starten will oder den Surfer, auf jeden Fall Ist er jetzt weg Jetzt nur noch die Rekul Hm? Steht ein Heli im Haku Wow, auf mich wird geschossen Deine Arsch auf dir Aber kannst du mir die Kopf ungefähr koordinieren wo die sind? Nein, ich seh sie ja auch nicht Ich mein den der da drin ist im Haku Ja, es sind zwei Stück ähm Bei die Zaubquart hier in diesem Beude auf der Ebene 2 Also müsstest du vom Fischmarkt aus rein snipen Das sind 3 Bullen Ich seh nur 2 Das sind aber 3 Ja und einer ist noch hier vorne irgendwo Burken Ich pack jetzt noch mein SOS Visier raus, hey So Nur kurz nach Ich fass mich nicht mehr los Bis Sonntag Freunde, ich will zacken Muss kurz einmal weg Hä, wo ist mein SOS Visier hin? 3 Hattest du das auf der Waffe, wo du dir das neu gekauft hast? Nein, nein, ich wollte es eigentlich gerade tauschen, aber irgendwas ist mit der Kleidung kaputt gegangen hier Ich bin wieder da Irgendwas mit meiner Kleidung kaputt gegangen, jetzt habe ich mein SOS nicht mehr drauf Äh, hast du ein anderes Visier davor abgelegt? Ja Ich hab keine Ahnung Jetzt liegende Kleidung auf dem Boden Kann es sein, dass es in der Kleidung vielleicht drin ist irgendwie? Ja Auf mich wurde gerade geschossen Ah ja, haben dich getroffen, die Noobs Also einer von denen dürfte nur eine scharfe Waffe haben Hier bei den Pennern Okay, hab's hinbekommen, hab's hinbekommen, geil, geil, geil Hast du das SOS Visier wieder? Ja, ich hab das SOS wieder So, jetzt Nachtsicht schön Scheiße, durch Nachtsicht kann man das gar nicht sehen Ja, Nachtsicht, äh, funktioniert auch spontan nicht Ja, dann kann ich wieder weg sind Äh, ich geh zum Boot rüber Dann kann ich nämlich perfekt drüber snipe burn Und dann hol ich dich ja schnell raus, mein Freund, okay? Ja, hier drüben dürfte auch schon gehen Sag dir mal, du hast Hunger und brauchst was zu essen Ja, stimmt mir auch Sag denn das mal Ich geh auch mal runter, guck mal was ich da tun kann da unten Wo kann ich auf der Tatei hier drauf gehen? Dann hab ich gleich feier... Ich fänd geil, mit dem Heli jetzt hochfliegen, falschem Runterspringen Aufs Polizeihaku oben drauf und dann runterrotzen da Oh, okay, die sind draußen, die sind draußen, die sind draußen Aus dem Gebäude raus Ja, ich seh so Scheiße und ich bin jetzt hier unten drunter hoch schnell Fuck Sind die Äh, brauch wieder Koordination zu denen Einer war eben beim ATM, zu dem hab ich keine Einsicht So, der hat mir grad Nahrung gegeben Okay Sag denen, du brauchst noch ein bisschen was Dann geht der nochmal zum ATM und dann ist der weg Oder sag, du möchtest ein bisschen Geld auf die Bank abh... äh, drauf tun Äh, ich glaub die, äh, stürmen zu euch vorne Ey, die tun mich, glaub ich runter Die tun mich, glaub ich, raus Die tun mich raus Wer schießt denn? Wer hat da grad geschossen? Wo denn hin? Nein, die tun... äh, oder? Da muss man die Cops haben geschossen Ja, die haben... Die sind auf jeden Fall zu euch lang gegangen, soweit ich gesehen hab Also stehen jetzt zwei Stück beim Haupteingang Ja, ich hab hier noch nicht so perfekte Einsicht Ich hab halt zum ATM perfekte Einsicht, ja da ist keiner von denen Da war eben einer, aber da war ich noch nicht in Position Ähm, könnte ich vielleicht mal mein restliches Geld auf die Bank überweisen? Und? Sagst du... Also der ist jetzt draußen Sieht... äh, jemanden? Äh, ne... Ich krieg halt nur, äh, Bankautomaten in die Richtung Alter... achso, ne gut, das kann die... Alles nach links vom Bankautomaten krieg ich Einsicht Sag, du würdest gerne noch Geld auf die Bank draufheben Hab ich ja grad, aber der guckt mich nicht raus Ich kann mal versuchen Richtung Strand zu laufen Vom Strand an drüben abzuknallen Okay, der tut mich glaub ich raus, der tut mich glaub ich raus Der tut mich glaub ich raus Der hat ein Blätter stehen Alter... Zweiter Stock Zweiter Stock Zweiter Stock Warte gerade Einsicht, ein bisschen auf ihn Du kommst denn das HQ ja so gut wie nur von vorne rein, oder? Jo, äh, ich geh meine Position wechseln, dann... Kann dich auch mal ins Glas reinfeuern Ja, das hatte ich auch vor Also ich bin, soweit ich weiß, auf dem zweiten Stock Beim... Verliebt Ja, ja, ich weiß schon wo du bist Ich hab's was sexy mit noch an dir Ich bin... und der Typ steht recht nah am Fenster Jo, Moment Ihr habt das HQ viel zu auffällig gebraucht, da kommt nur von... Also, viel zu... Kommt so gut wie gar nicht rein Vorne So, Glas schon mal zerschossen Ja, da Affi kann uns sagen wo die Cops sind Rallye up Da schieß schon mal das ganze Glas Goldi, wollen wir einfach stürmen? Nein, nicht stürmen Stürmen ist dumme Idee Okay Komm Der Firmen ist ganz schön dumme Idee Ach so ist gar nicht Goldi hier Ich versuch grad freier... Goldi, wo bist du eigentlich? Kann dein einen Kopf abschießen? Jo, mach... mach jeder Kopf, der abgeschossen sein kann, wird abgeschossen Goldi? Oh, 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 oh Wer... wer ist überhaupt bei dir? Oben Wer ist bei dir oben? Welcher Sanitäter, also welcher Kopf? Wer wird denn jetzt gemoved, bitte? Ich nicht Warum wird Kevin denn jetzt gemoved? Sondern der Scheiß jetzt schon mal Weil er ihn getötet hat, wahrscheinlich Und das Sperrzone ist und man da nicht reinschießen darf oder so'n Scheiß Natürlich dürfen wir Okay, wir sind gerade dabei, Kavala 1 zu nehmen Na dann Hast du Nightwishen an oder aus? Geht bei SOS schlecht Stimmt Vielleicht mal in wo anderem Na, haben die gesagt, du hattest RDM begangen? Ja, Solution ist gerade erst gespawnt, hat er gesagt Wir haben ein enemy, Soldier, 75 Meter in front Und? Lässt das trotzdem sein? Band hatte ich jetzt auch nicht Da läuft jemand draußen Da läuft jemand draußen Der Abschieß Oh ja, da ist Selection Oh, ich hab ihn angehittet, oh Oh, jetzt weiter gleich Oh Er ist am HMG Collection Gleich aber nicht mehr Wo ist der HMG, wo steht der? Der steht direkt vor dem Akku, Digga Das Gute ist, die können mich so gut wie gar nicht sehen, weil ich im Wasser stehe Ehrlich, im Wasser siehst du mich gar nicht Ich stehe hinter einem schwarzen, äh vor einem schwarzen Stein und über mich rum ist Wasser Ich seh so Lektchen nicht Ich seh ihn auch nicht mehr Der hat sich glaube ich hinterm HMG versteckt Ich hätt ihn ja hundertmal ein Handy geben können, aber Warum hast du dich? Der tut mich jetzt wieder runter In den dritten Stock Lassen sie unsere Kollegen hier hin Soll ich mal dem Hunter seine Reifen zu schießen? Komm mal Der darf Soll Sven bei uns in den Channel Alex Nicht drauf schießen, nicht drauf schießen Alex, bitte nicht Lass den Hunter einfach in Ruhe, lass den Hunter einfach in Ruhe Der ist scheiße da Holger darf ihn nicht einfach zu uns in den Channel, weil der ist da oben alleine Ist da alleine? Ja, oben in Na? Ja Wir sind gerade fett am Stress hier machen Ich auch Die eben mit einer Lennox und dem Night Stalker Oh yeah Woher hast du Night Stalker? Irgendwie ist da nen Bulle im Wasser, Jungs Ist das nen Donator Store? Ja Donator Level 2 Hey, der Tonnenbaum ist im Wasser Aschu, du musst mir mal nen Night Stalker besorgen Ich bin Level 5, Alter Ich geh den Night Stalker holen Ja, Problem ist, wir sind ja schon nen Krawaller Ja Wer ist da in dem Haku Gebäude dran? Einer von uns auf jeden Fall Ja, das finde ich Ach du bist wahrscheinlich beim Boot, ne? Ich könnte grad so nen Headshot geben Ne, nur den Bullen bitte Ja Okay Ich muss aber auf ne nähere Entfernung aus 1000 Meter, kann man nicht mehr spotten glaub ich Doch, doch, doch Warte mal ein Komm doch zu uns in die Gang Okay, warte, mach die Gang auf Rabbids heißt sie, ist sie nicht offen? Ne Keine Ahnung Du wirst schon, dass Tannenbaum irgendwie im Wasser da drin steht Wo? Im Wasser, irgendwie, guck mal auf die Map Hat der HNG zufällig nen Reifen kaputt gehabt? Oh nein Ist der vorne links kaputt? Nein Er hat noch aufgezogen Nein, ich kann nur was Er hat noch aufgezogen Habt ihr den Schuss gesehen? Ne Mach mal die Gang auf Moment Alex Ja Deswegen wollte ich Gang, Lisa Weil die Bullen werden jetzt einfach erschossen Gaddafi, bist du drinnen bei uns? Ja Ich wechsle mal die Position, ich geh jetzt auf nen Kran in Krawaller Wer ist denn dort da? Ich Das ist Kevin Seht ihr mich? Da in Gaddafi Gaddafi, da wo wir sind, ne Da haben wir ein perfektes Einsicht von vorne drauf Wenn du zum Boot spawnen gehst, da hast du die perfekte Die perfekte Na gut, dann kann ich mit dem Heli landen Bei wo? Bei euch Bei euch Dann würden wir aber entdecken, ne Wäre ganz schön blöd Ich lauf grad mal zum Boot, weil wir sind ja schon zwei Ja, dafür brauchst du nen SS Ich hab eins Ah Ich hab aber noch ne SOS für jemanden, wenn er eins braucht, ne Bin gut ausgestattet Aha 19 Magazine und ich hab Panzerbrechende Munition Oh ja, der im Panzerbrechende Munition, bitte Äh, im Laden von Rebellen gibt's Panzerbrechende Munition dafür Hab ich aus Versehen reingemacht Äh Ich weiß ja nicht Aber ich glaub das ist in Ordnung Dafür, dass das Ding 300.000 kostet, ne Oh ja Das landet ein bisschen in der Nähe von euch Ich mach den einfach ein bisschen Angst Habt ihr jetzt, ähm, Dings drauf? Schalldämpfer oder nicht? Ich hab keinen Schalldämpfer Der zerstört halt die Flugbahn von dem Teil, dann fliegt das nicht so wie du willst Ja, ich hab ihn jetzt auch weg, nämlich Ich hab auch keinen Ist ja auch ne Lennox Ja, auf der Lennox, Alter Ein Schalli, das wär so OP, Digga Ja Da kommt grad mal so Wie lange du nicht unsere Position verheizt hast, oder? Ich war ganz kurz zum Markt Was wird's denn da, Alter? Äh, ist noch ein Cop bei dir? Ja, und ich glaub Solution ist auch noch auf meiner Etage Was bei dir sind Cops? Ja, er ist festgenommen Ich regel das Die kriegen so nen dicken Headshot Äh, kann mich einer verbinden und mir Essen geben? Selbst nix Also Essen und Trinken hab ich schon, aber Zum Verbinden hab ich nen Scheiß Alex, hast du irgendwas für mich? Äh, wo bist du? Wer bist du? Ich bin neben dir Ja, ich kann dir jeweils eins geben Das brauch ich doch noch selber nachher Ja, gut, das wär nett Au, Schüsse Von dem Soll ich den HNG kaputt schießen? Weiß nicht, wenn du den zum Explodieren bringen kannst, gerne Gut Oh, Schüsse Jetzt bin ich Ich hab einmal geschossen jetzt Schieß du einmal bitte, Alex? Ja Okay, das sind 4 Meter Das waren andere Schüsse, die angekommen sind Warte Ist auf jeden Fall nicht mehr fahrbar Au, da liegt einer Da liegt einer Wo? Der lag in der Tür, Alter Der lag in der Tür, der Idiot In der Tür Er hat auf mich gezielt, der Wichser Ja, ich muss diese Versuchung weg Der will, glaube ich, in der HMB rein Okay, ich komm ein Stock nicht vorher Okay Soll ich mal jetzt den Ifrit noch rausreißen? Komm, wir werden jetzt richtig provokant Der Typ ist, der Typ ist tot, glaube ich Kann das sein? Nein Ist keiner gestorben Ich hab, Alter, eingekehrt Den Tannenbau Geh mal den Ifrit raus, oder? Dann werden wir jetzt mal richtig provokant, Alter Soll ich mir auch kurz ankaufen? Nein, ich hab noch eine halbe Mille Ist bei euch jemand im HMG dran? Nein, Mille Ich hab keine Ahnung Ich bin gerade auf dem Weg zu den Karten Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt treffe, ey Nein, ich hab noch Okay, der HMG hat einen Platten Das ist gut Und den Motor kaputt Das ist noch besser Wenn der jetzt noch explodiert wäre, dann wäre das perfekt Kann ich auch noch machen Wenn du noch so viel Munition hast Aber landet nicht mehr drauf, wir brauchen 28 jetzt Explodiert Alter Voll doch Feuerball Habt ihr ja gestern die Krocken? Selection hängt da drauf Selection wurde getötet Ja, der war im HMG drin Also ist jetzt nur noch Mirko bei mir oben im Stockwerk Was? Der ist bei dir oben im Stockwerk? Wollt ihr schon mal reinrennen und wir geben euch Deckung oder so? Ja, den sieht man nicht Wenn ihr da beim Boot seid, ne? Ja Wenn ihr ganz links zum Leuchtturm geht Wenn ihr da hoch rein geht Kriegt ihr den Winkel zu ihm auch Wo ist denn hier ein Leuchtturm? Da, ganz links vom Boot spawnen Da geht so ein extra Weg noch Wenn du da bist, dann kriegst du den Winkel auch von ihm Du meinst oben die Kirche oder was ist da? Nein, da ist ein Leuchtturm Beim Boot spawnen Guck doch mal bitte auf der Map Ich guck auf der Map und sehe nichts Ich sehe Bootsshop Ja, links daneben Siehst du diesen extra Weg, der da noch lang geht? 3 Diesen Steinweg, der ins Wasser führt Achso, der, ne? Da ist ein Leuchtturm Goll Warte, ich komm mit dir Ja, einer sollte halt aufpassen Ich hab nur noch 46 HP Das ist das Problem Ich kann auf jeden Fall nicht in den Nahkampf Bring den Maddy Bringst du eins mit, das wäre nett Ich bin direkt neben dem Krankenhaus Ich bring dir ein paar Pillen mit Ob du den Schmerz vertragen kannst Wo so ein Zeuchter schießen können, dann ins Gebäude auf jeden Fall nicht rein Ne, das ist das Problem Was wollen wir dann hier? Oben auf dem Leuchtturm Ja, lass lieber etwas weiter nach vorne gehen Zu den Silos dahinten Siehst du die? In dem Fabrikgelände Auf den Silos dürften wir eigentlich optimal ins Treppenhaus schießen können Hallo! Hi! Willst du mit mir gleich im E-Bild fahren? Ja, solid Ich bin jetzt sichtbar, glaube ich, oder? Im vierten Stock Wartet Wartet Ich guck nach Geh hoch Ich seh dich da oben, wer schiebt dich da rum? Nein Wenn ihr auf dem Leuchtturm seid, dürft ihr eigentlich genauer Sichtkontakt reinkommen Ich stehe jetzt vor dem Fenster, ich stehe vor dem Fenster Okay, jetzt tu da mich zurück Will der was, will ich ja schießen oder was? Heiß ich nicht Warum kriege ich den nicht mit Wärmebild rein, diesen Typen Warum ist das Licht da vorne aus? Hast du das Nightstalker reingetan? Hey, da war doch grad zu Licht vorne, warum ist das aus? Ich fand das für Donator voll in Ordnung. Jaja, ich weiß. Ist doch voll in Ordnung für Donator. Ja, und du hast nicht mehr so was donated. Du hilfst halt. Ich wundere den TS, Alex hat einmal 30 Euro bezahlt. Okay, der ist jetzt. Und der ganze... Der geht rein und schockt wieder runter. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Und jetzt ist es immer wieder am Fenster, ein Stockwerk tiefer. Jetzt geht er zum... Das Ding ist, das heute war voll geleuchtet. Und geht ins hinten rum rein. Und da steht noch Selection. Hab gar kein Ifrit mehr. So von hinten, von der Burg. Der steht auch hinter dem Rebellenlager. Wie schlimm als solch, glibber, gell? Man kann ja mit der Waffe einfach hinschwimmen, oder? Was machen wir denn mit der Sportlimousine? Oh, Digga, fahren. Jungs, mit der Waffe kann man einfach hinschwimmen, oder? Komm an mich! Ey, ja, aber du kannst halt nicht im Wasser schießen, wenn es keine STR her ist. Nö, ich schwimme da jetzt hin. Ist halt... weit, ne? Paar Meter halt. Loot, 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 loot. Wieso schwimmt mein Typ nicht? Da war ich schon, du kannst doch nichts looten. Was wollen wir denn? Ich kann da was looten? Hä, mein Typ schwimmt irgendwie verbehindert. Warum kann ich das hier looten? Warum kann ich das hier looten? Warum kann ich das hier looten? Ähm, wie kann man auftauchen? Ich bin jetzt grad so... ...komisch paddelnd unterwegs, unter Wasser. Ich kann ja hoch schwimmen. Kannst du nicht looten. Scheiße, ich verreck, Alter, wie komm ich hier hoch? Vergess das immer mit Grün noch. Ja, mit X oder Z oder was weiß ich. Okay, die beiden Sachen kann man da nicht looten. Komm, weiter. Was ist das? Was denn? Der ist einfach verreckt unter Wasser und ich konnte nicht schwimmen. Deswegen geh ich nie schwimmen. Tja, Alex. Aber du darfst halt wiederkommen. Ja, ich kann mir jetzt noch neu ausrüsten, kein... Alter, das ist wie eine Scheiße, wenn ich nicht mal schwimmen kann, der... ...so...